Der ist tot, glaube ich. Ach, hier, ne. Ich fahr hier gerade einfach nur sinnlos durch die Map, um die Bullen loszuwerden. Willst du nicht hier hin? Ja! Sind doch die scheiß Bullen hier. Schau dir auch mal ab. Alter, voll gegen den LKW geknallt. Und du hast jetzt, wenn du fährst, nur 30 FPS? Ja. Ja, weil die Welt so schnell an mir vorbeifliegt. Alter, zum Glück habe ich keine Facecam, ey. Warum? Man wird nur mal eine dunkle Massenszene, die ich hier mache. Ich bin gerade voll so gegen so ein Auto, die da bin ich so... Nein! Also, jetzt haben wir schon wieder drei, warum? So, ich kaufe jetzt hier ein. Mach mal den nächsten Auftrag einfach. Kauf die Munition und mach den nächsten Auftrag. So, Predator-Thron habe ich. Ähm, keine Ahnung, Molotow-Cocktail habe ich auch anscheinend. Was? Hast du? Granaten. Was? Elektro... Granaten. Oh, geil. Eben fehlt mir das nicht. Ich komme mal zu dir, ich will auch noch mal gucken. Geil, habe ich mir gerade mal alles gekauft, hier. Hä? Granaten können wir auch noch mehr kaufen? Ich komme hier runter. Ja, aber nur mit dem Stunt. Toll. Ich habe eine Position. Ich habe einen Klick hier. Ich denke, ich kann ihn hin. Ah ja, Granaten. Es ist dein! Oh! Oh! Toll. Was ist jetzt kaputt? Die Polizei überfällt den Laden. Hey, wir haben keine Verhandlungen mehr. Ich habe mir einfach mal alles gekauft. Und Tag, Herr Officer, darf ich mal bitte durch? Dankeschön, dass ich hier mal durch darf. Das ist sehr nett. Das verbessert sich einfach. Wir decken einen größeren Bereich ab. Was passiert, wenn ich ins Wasser falle? Denken einen größeren Bereich ab. Denken einen größeren Bereich ab. Ja, gut. Mehr mache ich nicht. Sprung ans Ufer, genau. Einfach so. Ey, was wollen die jetzt von mir? Nur, weil ich ins Wasser gesprungen bin. Ist hier Baden verboten, oder was? Willst du mich verarschen? Storben, oder was? Nö, gar nichts. Ich bin nur ins Wasser gesprungen und auf einmal habe ich Fahndungsmittel. Das habe ich jetzt wieder Fahndungsmittel. Wir wollen nämlich. Ja! Alter, irgendwie ist das hier ein bisschen... Alter, guck mal, wie die auf mich losgehen hier. Ja, bei mir auch. Ich mache nichts. Ich habe nicht mal eine Waffe in der Hand gehabt. Gar nichts. Sie haben keinen Grund jetzt gehabt, mich irgendwie anzugreifen. Ich bin einfach nur ins Wasser gesprungen und habe mich wieder ans Ufer teleportieren lassen und auf einmal Fahndungslevel. Also, man darf nicht schwimmen, oder was? Das weiß ich nicht. Anscheinend ja nicht. Ah, doch. Doch, du darfst schwimmen, nur wenn du E drückst wirst du zurück teleportieren. Ja, und deswegen kriege ich ein Fahndungslevel, toll. Wo bist du denn jetzt? Eigentlich... Ich bin weggegangen von den Bullen. Ich habe keinen Bock mich wieder abknallen zu lassen. Oh, Sackgasse. Ich meine, ich mache hier nichts. Ich bin unbewaffnet. Ich starte jetzt meinen nächsten Aufschlag einfach so. Genau, mach mal das mal, sonst wird das ewig nichts. Oh, die greifen hier aber sich auch gegenseitig an die Polizisten und die... Hey, bleib doch mal hier, ich will mitfahren. Ich habe kein Auto. Das war meine Glasscheibe. Alter, jetzt gehst du zu Fuß. Nö, musst mich erst rausschmeißen. Jetzt habe ich jetzt immer die Seiten an. Ich guck, mach da überhaupt nichts an der Seite. Oh. Toll. Speed Limit hat der eine gesagt. Was? Speed Limit hat der eine gesagt. Da gibt es kein Speed Limit. Das Speed Limit leg ich fest. Oh, habe ich eigentlich noch eine Tür? Kannst du mal nach... Wir sind schon los. Mal nachgucken. Scheiße. Äh. Ey, dieser Übergangsbildschirm, da hat was. Die beste Sache ist... Wichtig. Ich nehme die Schrotflinte. Wie viel Geld hast du? Oh, kostet noch 100. Okay. 53.000 habe ich. Und jetzt? Ja, du dummer Typ. Kauf, rennt die Feier. Hab ich gemacht. Vielleicht muss ich das jetzt auch noch machen. Dann kauf ich eine halt auch, weißt du. Was ist das denn für mich? Wir müssen das jetzt doppelt kaufen? Einmal zu einbeig. Wichtig. Ich dachte wir werden auch ein Stilport brauchen. Wir fahren rundherum und sehen, ob wir hier noch keine Fans haben. Hm? Widerfahren, ich komme. Hallo? Willst du mitfahren? Wieder einfach mal die Scheibe runtergefährt. Du stehst da vor der Scheibe und fährst runter. Hallo? Willst du mitfahren? Geil. Und dann schwingst du dich da so einfach mal durch die Scheibe nach hinten. Wer will denn noch mal die Scheibe runtergefährt? Alter, du hast eine alte Oma überfahren. Bist du geistesgestört? Nee, aber... Genau, wir fahren in die Seitengasse jetzt. Oh, jetzt passiert's. Tut mir leid, tut mir leid. Ein größeres Fahrzeug. Piers, w-what the hell is this? Oh, das? Ein kleines Hobby von meinem. Ähm, ich bin weg. Ich bin weg. Sechs Puppen, eins von zwanzig gefunden. Okay. Ist es überhaupt noch da, ja? Ja, ja. Ich steil ganz bestimmt nicht aus, wenn da die ganze Sache eskaliert. Wieso müssen wir jetzt sechs Puppen finden? Was ist das denn für ein Mist? Was? Wir müssen sechs Puppen finden, nur sechs Stück. Nein, 20 Stück. Achso. Du hast doch gesagt, wir müssen sechs Puppen finden. Ja, und? Ja, also sechs. Sechs Stück. Kauf Immobilien. Ich will aber nicht. Kosten die auch nur 100 Dollar? Ja. Geil. Einfach mal so ein Haus für 100 Euro gekauft. Wollte ich nicht nein sagen, ganz ehrlich. Ich sehe einen Morgenstern all over the city, die zu tun. Das klingt perfekt. Wir schämen ihn auf den Körner. Sie denken zweit, dass er zurückkommt. Fährst du jetzt? Warum? Ja, weil ich jetzt gerade gefahren bin. Nee. Jetzt steigt ja auch noch ein, der Typ. Ich vorfass das ja nicht. Welcher? Ja, mein Typ. Dein Typ. Ich sehe nichts. Blöde Kamera, zentrier dich jetzt. Ja, die Kamera ist irgendwie bei mir total an der Seite. Warum? Ist das bei dir auch? Warum sind hier jetzt lauter rote Punkte auf der Karte? Ich weiß nicht. Das sind böse. Die könnten wir töten, aber... Das wollen wir nicht. Nein. Das war total übersteuert. Tut mir leid. Das habe ich genau gehört. Das wollte ich nicht. Doch, das wolltest du. Nee, ich bin noch herangegangen und bin leise gegangen. Oh. Wie hat es keine Liebkeitschweiß? Was habe ich gesagt? Wo ist mein nächster Kampf? Granaten rein! Gute Zeiten. Weißt du, woanders machen sie Business? Ja, bis zum Norden. Blindgranaten. Elektrogranaten. Molotow Cocktail. Und normale Granaten. Gut. Gut, dann fangen wir jetzt. Schön zu wissen. Das nächste Mal tue ich mein Sturmgewehr rin und dann ist gut. Komm, steig ein, du blöde KI. Was tue ich schon da? Ich nehme normale Granaten. Ich schmeiß mal ein Molotow beim nächsten Mal. Ähm, ich glitsche hier gerade durch ein Haus durch. Ähm. Was? Warte, warte. Was? Was ist jetzt? Das Auto steht im Weg. Alter, was war das denn jetzt? Ey, greif den doch nicht an. In Saints Row 4 ist es ja so, wenn du diese Begleiter mit dir rumschleppst, dann greifen die einfach sinnlos Leute an und du kriegst Pfandungen dadurch. Deswegen mach ich das nie. Das ist ein Demo-Derby! Achtung! Hör mal! Molotow! Hoho! Blint-Granaten! Blint-Granaten! Ey, ne, ich wollte den doch boxen, ey! Das ist gut zu wissen, ja. Äh, ja, wir sollten jetzt mal weiterfahren. Ich fahr mal wieder nur, weil du ja nicht fahren willst. Kommt der Typ jetzt auch mal. Kommt der jetzt? Anscheinend nicht. Ja. Doch, er kommt doch. Siehst du nicht? Ach. Ich muss nur warten. Ich bin grad einfach zu faul, um meine Maus zu bewegen, um die Kamera zu drehen. Achso, nö, das bin ich nicht. Ah, es regnet. Das wird mal geschickt. Ey, was macht dieser Typ? Könnt ihr mal bitte aufhören zu schießen? Da ist doch gar keiner. Doch hinter uns ist einer. Ja. Ja, der schießt aber nach vorne. Schießt nach vorne. Ich glaub, das muss man nicht verstehen. Das ist doch nix. Bei mir schießt der doch nach hinten. Bei mir nach vorne? Komisch. Jetzt könnten die mal aufschreien. Aber sowas von. Oh, hohohohoho. Scheiße. Aber das ist nur Zweisitzer, nö, nö, nö. Wir brauchen Viersitzer, sonst kann der Typ hier nix machen. Das hier ist ein... Ne, das ist auch noch ein Zwei-Sitzer. Das hier ist ein Vier-Sitzer. Aber ein scheiß Karre. Wo ist denn der? Ist der tot vielleicht? Ne, der fährt uns nicht ein. Oh, der hat ein eigenes Auto. Ne, jetzt nicht mehr. Boah, steig doch ein. Alter, steig doch ein. Mann, diese doofe KI, ey. Das nächste Mal fahre ich einfach los, weißt du? Kommt gescheitert wegen dem Typ da kaputt gegangen. Das aber lässt sich. Hier hat man ständig Fahndung, ey. Ist ein bisschen nervig, muss ich sagen. Aber ansonsten war es gut. Um eine Bekanntheit zu senken, fährst, verstecke dich. Ah ja. Wenn wir jetzt hier... Weil das ist unser Laden, deswegen... Können wir uns jetzt hier verstecken, oder? Okay. Ach ja. Stadtübernahme. Hm. Hm. Aha. Ohohohohohoho. Was, nur so wenig? Ja, dafür haben wir das jetzt gemacht. Hm, naja. Hm, aha. So, Mist, geh. Munition brauchen. Ja. 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 Hm, nee. So, muss immer voll sein. Ich hab alles voll. Ja, du hast ja nichts geschossen. Nee, ich hab gar nichts geschossen. Oh, ist nicht schön, ey. Ich bin einfach nur über die Leichen drüber gelaufen. Ja. Ach, weißt du was? Ich tu mal Waffen verbessern, weißt du? Äh, ja, gut. Äh, ja, gut. Äh, Bargeld haben wir wieder. Ja, 8000 hab ich schon wieder. Ja, 8000 hab ich schon wieder. Verbesserung im Kampf. Mh, Mundspann, Spannungswaffen. Ne, bräuch'n nicht. Sundheit plus 1, buttonfähig, das kauf ich. Und das Begleiter nehm' ich auch mir mal. So, hab immer noch 23.000. Sands kommen, um im Kampf zu helfen, das ist auch gut. Das ist alles ein bisschen teuer grad. Ich glaub, ich tu mal die Dinger hier, die MP aufrüsten. Ja, jetzt hab ich Schalldämpfer. Das ist jetzt ein Bugdinger, die Boni haben wir alles. Schaden hab ich alles. Gesundheit alles. Fähigkeit alles. Und raus. Nur, äh, Kampf nicht alles. Im Mundgewehr. Naja, komm, ich lass das. Nächstes? Ja, schau mal ganz kurz. Panzerwandalismus. Wir können ja mal irgendeinen anderen Auftrag nehmen. Nicht immer gleich den Hauptauftrag. Ich glaub nicht, dass das alles nur DLC-Aufträge sind. Aber der zweite ist, auf jeden Fall. Naja, der zweite, dann mach'n wir halt mal den letzten oder den dritten. Ja, dann mach'n wir, Statue. Mach'n wir mal den dritten. Ey. Hallo? Hey, ich bin so glücklich, dass wir endlich sprechen können. Ja, ja, mein Name ist Andy Jan. Ich bin sicher, dass ihr mich gehört habt. Gehen wir aus. Oder wir fahren getrennt. Und ich mach'n Auto. Ja, mach'n, glaub'n auch. Aber denk'n, dass du dich auf dem silberen Schrein gehst. Ja, das ist mein Auto. Ja, dann schau'n bei dem Studio und du kannst das Skript sehen. Ich bin sicher, dass du es liebst. Ach, Fahrzeuglieferung geht nicht. Wieso das nicht? Bei mir geht sie nicht. Ist ausgegraut. Na, dann steigen wir da. Ich darf auch bei dir mit. Nein, ich wollte nicht aufsteigen. Wollte eigentlich schon... Warum steigt der jetzt aus? Das ist ja nix. Das Auto ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht, aber das lenkt sich scheiße. Ja. Ich bin fest auf der falschen Seite. Ist mir egal. Warum? Guck mal hier jetzt. Ich warte hier so lang. Na ja. Dein Auto vibriert übrigens. Warum vibriert? Warum steigt der jetzt aus? Warum steigt der aus? Keine Ahnung. Ja, der ist doch sonst auch nicht ausgestattet. Ja, gut, das kann sein. Nein, ich will kein... Ach, es kann eingestellt sein, was Will jetzt hat für Sender. Interessiert nicht mehr. Ich weiß. Ah, okay. Wir müssen gar nicht aussteigen, es reicht von mal. Wollte eigentlich aussteigen, aber... Ich werde das Mann zu töten. Ich werde das Mann zu töten. Ich werde das Mann zu töten. Das ist verrückt. Um, excuse me? Oh, hi. Ich bin Jenny. Und ich wollte Ihnen wissen, dass ich so super excited. Ist das eine gute Sache oder eine gute Sache? Oh, mein Gott. Are you kidding me? Meine erste Feature. Und ich stelle die Leader des Saints. Well, we can get too worked up. On-camera's more of a Shondi or Pierce thing. I'm... I'm having a hell of a time wrapping my head around this script. Is this script a problem? Just say the word, baby. We'll toss it. Oh. Oh, it's cool. I'm just... I'm gonna need cue cards like a motherfucker. Brilliant. And it's so fucking cinema verite. You're gonna kill it. It's nice to meet you, Mr. Zhen. Who is this extra and why is she talking to me? Oh, Mr. Zhen, I'm playing Quilana. Really? I thought we were getting a name for Quilana. Ah, no. Just me. Oh, it's just fucking great. Look, Missy McNobody over here is gonna bring you down. I promise. I won't let her. Okay? You just be yourself. You're gonna kill it. Right. Let's shoot this fucker. What zum Geier? Willen wir jetzt einen Film? Geil. Wollte ich schon immer mal machen. In this scene you're rescuing the alien princess from the military. So. The alien princess? Oh, right. Willst du fahren? Naja, dann. Okay. Wow. Just play this fast and loose. It could be a natural. Trust me. What are you saying? Yeah, we're on the film, man. I'd have to take a black... I'd have to take a black egg. I'd have to take a black egg. That black egg character... I have to play a movie, yeah? Immer bereit sein, was? Näh. Oh, das gehört mit zum Film. Oh, da sind Kameras. Fahr weiter. Ich fahr doch weiter. Dann fährst du nicht. Ich fahr doch. Ja, seh ich aber nicht. Bist du blind? Ja, Mädchen, Baby. Okay, jetzt schaffst du auf die Hilder-Gunze. Ich komme, Prinzessin. Hör doch. Nee, das ist bestimmt keine HD-Auflösung. Nee. Und ich hänge hier gerade fest. Das gehört alles mit zum Film, also. Natürlich, natürlich. Wir in zwei Sichten, das ist natürlich immer ein Film. Wir müssen das eigentlich hier zusammenschneiden, so, ne? Übereinanderlegen. Das müssen wir mal so in einem Special-Video machen, so. Einfach mal so übereinanderlegen, was wir hier machen. Oh. Ich habe einen von 15, äh, Kameralöten getötet. Okay, ich gehe von mit hoch, warte, ich bin gleich da. Hör doch mal, ich habe dich. Du? Du hast mich gesammelt. Du bist nicht wie die... Keine Zeit für kleine Gespräche. Wir... Kacke! Ah, you know what? This just isn't working for me. There's no life. Wir haben eine Star-Maker-Performance hier und eine Kart-Maker-Cut-Out für eine Co-Star. Okay, wir haben alles aufgerüstet. Wir nehmen es zurück nach der Basis. Wir sind Sexin' den Barschern auf. Mehr Garten, mehr Assault-Rifles. MAKE IT HAPPEN, MOTHERFUCKERS! You, uh, you doing all right? Ja, ich bin, du... Ich bin, du... Ich versuche, dass Mr. Shen happy. Äh, und jetzt? Oh. Nix. Nummer vom Phone. Nix.